Heute ist es so weit. Heute machen wir unseren Plan. Den ziehen wir durch. Dresden, hast du die Masken besorgt? Klar, ich hab alles erledigt. Ich hab da mal was vorbereitet. So kann uns keiner erkennen. Dresden? Ist das dein Ernst? Aber... Was soll ich mit den Papptellern? Aber ich wusste, dass du das nicht hinkriegst. Deswegen hab ich welche besorgt. Hier, das sind unsere richtigen Masken. Okay. Setz die mal auf. Die auch passen. Die stinken ja voll, Alter. Wolltest du die aus dem Schrank holen von deiner Mama? Meine Mama hat auch so eine. Alter. Kacko, wie wir aussehen. Das sind auch Idiot. Das wird uns doch kein Ernst nehmen. Habt ihr's bald. Passt dann. Können wir mal weitermachen? Peking. Spä... Jingen. Ja, was auch immer. Kazan. Ja, komm. Dresden. Ja, geht doch. So, weiter im Plan. Hast du die Waffen besorgt? Klar hab ich die Waffen besorgt. Ja. Waffen. Nicht Waffel. Was soll ich damit? Gehen wir picknicken oder was machen wir hier? Du hast gesagt Waffen. Ich hab extra mit Schoko über... Was soll ich denn sagen? Hände hoch oder sie kriegen Schokolade gegen den Kopf. Ich wusste, dass Kazan ist verkackt. Deswegen hab ich dran gedacht. Ich hab auch Waffen mitgebracht. Waffen. Siehste, einen, den man gebrauchen kann. Danke, Peking. Danke, dass du uns rettest. B-Jing. Was auch immer. So, Jungs. Dann haben wir unsere Waffen. Masken. Jetzt müssen wir nur noch den Plan rausholen. So. Unser Plan steht auf. Sucuk. Milch. Reis. Kebab. Was ist das? Verdammte Hacke. Ich hab einen Einkaufssettel von meiner Frau eingepackt. Und sie hat unseren Plan. Egal. Wir müssen einfach einen neuen machen. So, Jungs. Wir machen einfach einen neuen Plan. Den hab ich hier drin. No problem, no risk. Wir stehen hier. Hier ist die Bank. Wir müssen einmal da rüber. Das Ganze ohne irgendwelche Probleme oder sonstigen. Über den Tisch bringen. Da müssen wir zum Treffpunkt fahren. Wo uns Peking abholt. Was auch immer. Und von da aus fahren wir dann zum Lager. Soweit verstanden? Ja. Wer ist jetzt wer? Dresden? Ist doch vollkommen egal. Okay. Ja. Irgendwelche Fragen? Habt ihr es verstanden? Ja. Verstanden? Ja. Okay. Also. Hört zu. Ja. Wir müssen. ganz konsequent und an den Plan halten. Und super Zeit. Da sein. Peking. Du musst ein Fahrzeug besorgen. Beijing. Was auch immer. Du musst ein Fahrzeug besorgen. Wir haben nur drei Minuten Zeit. Und sonst landen wir beim letzten Mal, wo wir auf dich gewartet haben, wieder im Knast. Und darauf hab ich keine Lust. Auf mich kann man sich verlassen. Ja? Gut. Okay. So. Dann würde ich sagen, it's showtime. Boss. Es heißt showtime. Was auch immer. Bingling. Beijing. Was auch immer. Los geht's. Los. 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 Was? Ich glaube, die haben mich erkannt. Ich hab ne Laufmasche. Ist egal. Lauf weiter. Alter. Wo ist der? Wo ist der? Fuck. Wo ist der? Der hat auch keine Zeit. Wo ist der? Ich ruf dem mal an. Peking. Was auch immer. Wo bist du, Lingling? Wir warten, Alter. Wir warten, Alter. Mach dich um! Mach dich um! Verdammt! Peking, fahr los. Beijing. Was auch immer. Fahr los. Mann, das Auto geht nicht an. Ich glaube, die Batterie ist leer. Peking, wie oft habe ich dir gesagt. Beijing. Was auch immer. Wie oft habe ich dir gesagt. Keine Lauter Musik hören. Du kommst hier rein wie eine Wandel in eine Diskothek, und dann müssen wir wieder anschieben. Schiebt an, schiebt das Auto an. Junge, du hast die Handbremse noch angezogen. Oh nein, die Handbremse ist angezogen. Scheibenwischer aus. Mach dein Scheibenwischer aus. Jungs, folgt mir auf YouTube, Instagram und sonstiges. Liken, teilen, kommentieren. Alter, jetzt soll ich ein bisschen schieben. Folgt denen auch, ne? Los, Jungs. Schieb, schieb! Mist, die Polizei kommt! Ich komme weg! Kann man sagen, der Boss ist weg. Ah, scheiß auf den! Ja, Alter, ich will auf den Scham! Alter, ist das dein Ernst gerade? Ich bin nervös, ich bin nervös! Mach mal, mach mal, du bist los! Mach mal, mach mal, mach mal! Hey, lass mal fahren, Alter! Achtung, hier spricht die Polizei. Sie sind von Einsatzkräften umstellt. Gehen Sie auf die Knie und legen Sie die Hände hinter den Kopf. Ich bin nervös, ich bin nervös. Ah, das tut mir ... Ich bin nervös, ich bin nervös! Geil, Jungs, geile Aktion, Alter, jetzt sind wir rich as fuck, nie wieder Sorgen machen, jetzt nur noch Highlife für uns. Ja, auf jeden Fall, Alter, geiles Leben für ihn jetzt. Was eigentlich mit dem Boss? Sollen wir den mal im Klass besuchen? Was? Den Boss? Ich kann den sowieso nicht leiden, ey, dieser Schisser. Ach, scheiß auf den, der braucht den schon. Okay, scheiß auf den. Hauptsache, wir haben die Waffeln noch. Oh ja, die Waffeln, ey. Gut, dass du an die Waffeln gehört hast. Was für Waffen? Scheiße, Alter, fuck, ich hab Angst, dass ich weh tue. Die werden wir benutzen. Bitte mit benutzen. Ich hab das selber gehört. Ich hab die Handbremse noch angezogen. Oh nein, ich hab die Handbremse nicht angezogen. Alter! Ich hab die Handbremse nicht angezogen. Ich hab die Handbremse nicht angezogen. Also, natürlich gehört auch zu unserem Raubüberfall ein ausgekügelter... Ich hab die Handbremse nicht angezogen. 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 Ich hab die Handbremse nicht angezogen.